Wir haben es geschafft, wir sind wieder Weltmeister, zwar nur die deutsche U17-Nationalmannschaft, aber dieser Jahrgang zeigt einfach auch genau das, was uns bei der A-Nationalmannschaft momentan bzw. mittlerweile schon länger fehlt. Sie sind nämlich ein Team, eine Einheit, die immer alles gibt, alles reinwirft und dementsprechend bzw. daraus resultierend auch Erfolg hat, erfolgreich ist. Das waren sie jetzt bei dem Turnier, aber auch schon Mitte des Jahres, da wurde man Europameister mit dem selben Jahrgang, auch im Finale gegen Frankreich, auch im Elfmeterschießen. Das Spiel heute war ähnlich nervenaufreibend wie schon das Halbfinale gegen Argentinien, da war es ja auch das Elfmeterschießen, durch das man dann letztendlich nur in das Finale kam. Heute kam es wieder so weit, aber auch im Spiel war es wirklich sehr spannend. Aber rollen wir das Ganze mal von vorne auf, so hat die deutsche Mannschaft die erste Halbzeit eigentlich so ziemlich dominiert, bzw. dominiert ist vielleicht das falsche Wort, aber man war die klar zwingendere Mannschaft. Frankreich hatte tatsächlich 64% Ballbesitz, ist aber auch gar nicht mal so verwundernswert, wenn man sich den bisherigen Verlauf anschaut, denn da waren wir eigentlich gar nichts anderes von der deutschen Mannschaft gewohnt. Man hatte in den K.O.-Spielen nie mehr wie 36% Ballbesitz, also auch gegen die USA und so weiter, und hat sich auch immer so ein bisschen schwer getan. Frankreich war in dem Turnier bis jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, viel Ballbesitz zu haben, aber da Deutschland dann eben auch in Führung ging, hat es sich so ergeben, war aber tatsächlich von vornherein tatsächlich schon so. Also folgerichtig durch den Druck der Deutschen, also man hat es tatsächlich auch gut zugestellt. Frankreich hatte zwar auf den Ball, kam aber kaum ins letzte Drittel in der ersten Halbzeit und wurde dementsprechend auch überhaupt nicht gefährlich. Deutschland trifft durch einen Elfmeter, Yalcin Kaya hat ihn gut rausgeholt, Paris Brunner verwandelt ihn dann, und so ging es dann eben auch mit der Führung in die Pause, wonach Frankreich aber deutlich besser rauskam. Also man hat schon mal deutlich mehr Druck gemacht, hatte weiterhin natürlich mehr Ballbesitz. Deutschland hat es verteidigt, konnte aber auch die ein oder anderen Nadelstiche setzen und ging so tatsächlich in der 51. Minute mit 2 zu 0 in Führung. Aber der Zwei-Tore-Abstand sollte nicht allzu lange halten. Getroffen hat Darwich nach einer guten Aktion von Mörstedt über rechts, Aber wie gesagt, Frankreich im direkten Gegenzug mit dem Anschlusstreffer zum 2 zu 1, waren halt wie gesagt besser im Spiel und kamen dementsprechend auch zu mehr Chancen. So lief es dann eigentlich weiter. Frankreich war besser und hatte mehr Chancen, aber nicht ganz zwingende Chancen. Und dann kam es halt so, dass Deutschland sich selbst geschwächt hat und zwar Winners Osave kriegt da völlig berechtigt gelb-rot, war einfach nicht ganz so schlau da das Foul zu ziehen. Aber gut, man hat dann die Situation angenommen, aber Frankreich hat es auch echt gut gemacht dann. Kamen immer besser rein in der Überzahl, haben es dann auch deutlich besser ausgespielt. Und so kamen sie dann in der 85. zum Ausgleich, zum 2 zu 2. Hatten davor schon die ein oder andere gute Chance, haben dann einfach die Räume genutzt, die sich ergeben haben. Einfach durch die Überzahl ist ja eigentlich völlig klar. Deutschland hat es noch recht gut verteidigt, aber alles geht dann halt auch nicht. Und so war es dann auch so ein bisschen ein Zuordnungsfehler beim 2 zu 2. Das dann auch das Ergebnis sein sollte nach der regulären Spielzeit, wobei man hier noch erwähnen muss, Frankreich hatte noch mehr Chancen. Aber auch Deutschland kam tatsächlich noch mal das ein oder andere Mal nach vorne, trotz Unterzahl und hatte da schon noch eine Chance. Natürlich Frankreich ein bisschen mehr, aber die Phase am Ende hat mir echt gefallen. So kurz vor Abpfiff, dass beide Teams noch mehr oder weniger auf Sieg gespielt haben. War auf jeden Fall schön zu sehen. Nichtsdestotrotz ging es dann eben ins Elfmeterschießen, weil bei der U17-Weltmeisterschaft gibt es ja keine Verlängerung. Haben wir ja schon im Halbfinale gesehen. War glaube ich auch ganz gut so. Also gerade mit der gelb-roten Karte hätte Deutschland da schon Schwierigkeiten bekommen, wenn da noch mal 30 Minuten oben drauf gekommen wären. Waren ja so schon durch die Nachspielzeiten tatsächlich 18 Minuten extra oben drauf. Und dann, gut, was soll ich sagen, kommt halt eben das Elfmeterschießen. Man konnte sich durchsetzen. Konstantin Heide ist wirklich ein Teufelskerl, hat wieder mal zwei Elfer pariert. Einer ging noch drüber an die Latte und dann drüber von Frankreich. Eigentlich ist man recht schlecht gestartet mit einem Verschossenen von da Silva Morera. Aber man hat den Widerständen getrotzt, wie so oft in dem Turnier. Also in der K.O.-Phase war es ja eigentlich immer der Fall. Ich dachte mir in dem Spiel zwischenzeitlich, okay, es gab jetzt eigentlich gar keine Phase, wo man dachte, die verlieren das jetzt. Weil das hatte ich persönlich eigentlich bei jedem K.O.-Spiel. Dann war es am Ende dann doch noch so und man kam ins Elfmeterschießen. Dann hatte Paris Brunner wieder mal den entscheidenden Elfmeter auf dem Fuß, um es eigentlich noch früher klarzumachen, wie es dann letztendlich geschehen ist. Ich hatte schon die Schlagzeilen im Kopf, dass einer den Elfmeter gegen Frankreich verwandelt, der eben als Vornamen die Hauptstadt von Frankreich hat. Ist dann natürlich nicht passiert. Aber am Ende war es dann trotzdem ein Dortmunder, der es entschieden hat mit Almugera Cabar. War auf jeden Fall sehr nice zu sehen. Die Mannschaft hat es auf jeden Fall verdient. Übertrieben krasser Jahrgang vom Talent. Aber man muss hier auch mal den Trainer Christian Wück loben. Der hat da wirklich alles rausgeholt. Hat sehr oft die deutschen Tugenden erwähnt. Und die hat man auf jeden Fall auch auf dem Feld gesehen. Man hat nur selten spielerisch geglänzt. Man hat viel verteidigt. Aber wenn man eben mal nach vorne kam, hat man über das Turnier hinweg seine Chancen genutzt. Gegen die kleineren Gegner in der Vorrunde hat man aber auch mit viel Ballbesitz wirklich den Grund und Boden gespielt. Und so dann souverän letztendlich auch das Turnier nach Hause geholt. Aber was sagt ihr zu dem Jahrgang, zu dem Turnier oder auch generell dem Finalspiel? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.